So, ich glaub, es ist das vorletzte Däffel. Oder das drittletzte. Und wieder was mit Licht. Ich glaub, hier war was. Ja. So, das wieder. Immer nur drücken. Wir leben am Schatz genug. Das ist schön. So. Und noch warten. Scherpzeit. So, der Ariga. Ja, und ich glaube, ich beende das Spiel heute auch. Noch 2-3 Level und dann kommt schon der Endboss. King K. Rool. Der geht auch ganz schnell. Nanu? Puh. Das hätte ins Auge gehen können. Och, nö. War noch ein Mittelpunkt erreicht. Nicht. Altos Tratos. Nicht nochmal. Ganz gewiss nicht. Da oben ist bestimmt ein Bonusfass. Was? So. Ui, das war knapp. Oh, hier kommen keine Bienen. Das mag ich. Oh. Was hab ich gesagt? Ich hätt's wissen müssen. Geh. Bringt mir das was? Nein, natürlich nicht. Wunderbar. Wunderbar. Genau über dem Abgrund. Super. Eine Viertelstunde ist gleich rum. So. Jetzt mal... etwas Skill zeigen. Den weg. Haben wir gleich geschafft. Oh. Oh. Da rüber. Da. Und was jetzt? So. Klappt schon. Das war noch nicht Abgrund. Erst waren die Bienen. Ihre Augen funkeln so petrolisch im Dunkeln. Und darüber. Aber nochmal ein Affe. Das war ja klar. Oh. Sehr schön. Das musste immer passieren. Das ist typisch für mich. Und Candy. Dann speichern wir doch mal. Und weiter. Wie man hier reinkommt, das wüsste ich auch gern. Null Ahnung. Warum schläft irgendwie Cheaten? Mhm. Also echt. So. Ja. Wird nix. Und einer. Das war knapp. Das Level ist schön. Die Musik wieder. Ja. Amadello Alarm. Durch durch. Nochmal Amadello. Und nochmal Amadello. Keine Ideen mehr, die Programmierer. Und nochmal Amadello. Keine Ideen mehr, die Programmierer. Was? Mittelpunkt, oder? Yes. Ach. Mann. Normalerweise hätte sie wegfliegen müssen. weiter. So geht's. Oban ist O. So. So. Ich sollte vielleicht mal wechseln, weil so ein Vetter gleich kommen dürfte. Na, Ditti keine Chance, ich hab's gewusst. Aber... Schwein gehabt. Beziehungsweise es gilt. So. Kombi. so. Das war knapp. Jetzt hätte Juhl enden können. Leben. Ach! Nö. Verdammt. Ärgerisch. So. Ein Biber weniger. Immer diese Biber plagen. Was tun die Tierschützer? Sie wollen noch mehr Biber. Biber, Biber, Biber. Oh. Mensch, Skinners. Da. Da. Zeit. Also knapp. Letz kein Fehler bitte. Danke. Du weg. Und du weg. Das sehen wir, wenn es endet. Ich habe ähnliches oben. Ach, ich bin doch so blöd. Da unten ist was cool. Da muss ich mal nachgucken. Das mache ich jetzt mal. Ich glaube, da war ich noch nie. Aber komm. Das ist doch schwer. Drei Leben verloren hier. Und ich vergesse den immer wieder. Ich wollte wechseln. Ähm. Egal. Müsste auch gehen, oder? Geht aber. So. Hier ist es zu laut. So. Da rüber. Boah. Was jetzt? Scheiße. Ach, nö. Orientierung verloren. Mensch. Noch eine Runde. Das ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer. Da und da. So. So. Da runter. Da rüber. So. Geht doch. Easy. Geht. Geht. Also. Bis nach links. Nach rechts. Und nach unten. Wo ist das denn? Denn da war was. Wo ist das denn? Bonus-Elf. Ipi. Das erste Mal so eins. Wo ist der Fisch? Ich glaube hier. Ja. Und drei. Noch mehr Leben. Denn. So. Da gibt es nur. Bedoppelung oder sonst was. Da brauche ich erst mal ein bisschen. Fische. Am besten ist das Strauß-Bonus-Game. Trägt man am meisten Leben. Finde ich zumindest. Der Frosch ist auch nicht so schlecht. Gut, wenn ich zwei habe, gehe ich wo rein. Jetzt. Und zwar müsste hier was sein. Oder hier. Wo waren es? Da oben. Jetzt schnell. Mal drei, oder? Ach, ist das gar nicht mal drei. So ein Mist. Was ist der Betrug? Fast drei Leben. Ein Scheiß ist das. Naja. Deswegen mag ich keine Bonus-Games. Und schon der Endgegner. Nekis Rache. So. Nicht schwer. Das macht ja gerade immer ein bisschen mehr Attacke, aber das war es ja schon. Aber ich wette, ich gehe mit einem Ton kaputt. Nein. So ein Zufall. Jetzt könnte es eng werden. Na. War doch klar. Danach kommt schon King K.O.L. Freut euch. So. Den einen Kommen ein bisschen länger behalten, bitte. Das war klar. Und fertig. Das war's. In. Woot. A. Wirtirsiniz. Batschen. 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 Vielen Dank.